herzlich willkommen bei let's play ich wollte es schon sagen minecraft ja ich fang auch mal an herzlich willkommen hallo und ja wie ihr sehen könnt wir spielen age of empire mit den guten alligato band ja vielleicht mal ein paar häuser minecraft baume natürlich nicht es war da was ist heute los ja ich will gleich mal ein paar schafe und ich bin total durch geht gar nicht ihr paar schafe paar schafe darfst du hier drüber wohnen oder lange nicht mehr gespielt geht gar nicht geht mir auch aus so schnell wie möglich in der nächste zeit kommt hier drüben die mühle weil da haben wir da haben wir jede menge platz besser ja ja hier beim dorf zentrum da ist ruhig etwas zu bauen überhaupt also häuser um hier wieder welle hier im aus häusern bauen wie immer ich muss mal gucken ob ich hier noch schafe finde nur den ton ein in der näheren umgebung sind keine schafe leider so da müssen wir doch auch schon in die nächste zeit kommen und ja ich tue mir alle durchbewohner ausnahmen und in die nächste zeit ist fertig was mir klar noch ein paar schafe mal sammeln und drüben die klinik holz und dort zeigt das war noch nicht wenn man auch wenn man wäsche bauern und rücker sommer leute arme liegt soldat kraftmann wir haben drei gegner und die so noch auf der selben insel bullshit dann müssen wir hier so schnell wie möglich hier mal auf die andere nebeninsel kommen ja das wäre jetzt cool und links ist zum model alleine wenn man muss die klei als erste haben dann total zeit ist jetzt schon bei 85 prozent und sieht ja gar nicht mal so schlecht aus wir waren angegriffen und machst du streck die an sind bei dort du mal schwertkämpf weiterentwickeln aber hier noch mal schub kochen schub kochen wir sind noch mal viel zu schlecht um die anzugreifen wir sind dorfbewohner mann okay stimmt doch ich habe kann verrocken man kann dann noch ein bisschen kaputt machen wir brauchen machen ja brauche nahrung schubkache ist kreis hat sich entwickelt so nicht genug nahrung was machst du die ganze zeit so ein dorfbewohner mehr für alle die sonne gecheckt haben wir zwei befähigen ein dorf ja das ist und das ist total cool weil die dorfbewohner und schicken woanders hin ja so wie gerade eben die haben jetzt noch keine leute ausgebildet also es steht relativ gut ich will jetzt noch mal ein beliebt soll hier ein schwertkämpfer aus und die dorfbewohner immer noch was habe ich schon hier ausgewählt überhaupt das spielmodi weil bei dem ähnlichen typen bei dem gelben da ist er was durch zentrum zu brauchen scheiße ich habe überhaupt ich habe überhaupt nicht aufgepasst was ich hier eingestellt habe ach krass der weil der mit der letzten zeit aufsteigt der geht kaputt und das ist ich hier gleich mal ihr habe ich ich habe hier mal eine wie nennt sich das eine schmiede gebaut damit wir auch noch weiterentwickeln können ja schmiedekunst nämlich mal so stürzen holz weiterentwickeln weil das haben wir nämlich ein bisschen vernachlässigt weil ich bin mir als dritten auf bogenschützen dann brauchen wir jede menge holz studio klein mal hier dann gelten mal angreifen ja der ist kaputt aber da kriegt mir noch xp bringt 24 aber und abgeamtet das wollte ich machen und gelatscht ihr draußen rum bringt doch nix und haben wir nicht genug holz kommt macht mal schneller ja geht man soll so unsere schwertkampferten hier noch schön wenn wir dort überwollen aber nicht genug mit scheiße ich habe gerade überlegen ja wenn ich jetzt kein feld bauen kann weil im holzfeld bin ich einen hafen bauen aber holz kann man keinen hafen bauen mann hafen das ist ja eigentlich schon relativ gut weil ich würde schon entbauen ja ich weiß aber ich habe kein holz ich würde das als alternative machen zum felder bauen aber für ein feld brauchst du holz und für einen hafen halt auch ich schicke mal hier die schlachtkampfer mal wieder her zu uns naja wir haben doch 100 holz das dürfte doch für ihren hafen reichen ja ich mach mal einen ja kommt so klein doch wo noch raus nein was brauchen häuser ja kostet nur 30 holz ich hab mir mal ihn geschnappt ich hab mir auch mal ihn genommen du musst mal häuser bauen häuser bauen nicht genug holz war ja klar der hafen ist fertig geworden ich baue mal ein fischerboot da kann man nämlich ja noch 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 alle in der feudalzeit das ist pretty awesome es geht es geht ich bin mir hier auf bogenschützen maske so noch noch häuser bauen so ein fischerkotter wurde ein fischerkotter wurde gebaut und man auch fische sammeln fische sammeln fische sammeln fische sammeln fische sammeln wieso steht da eigentlich dein name die häuser habe ja ich gebaut genau ist ja komisch wir müssten ja eigentlich bald in der nächste zeit kommen 800 nach mehr dafür ach so ja dann muss man bald schaffen aber wir müssen ja jetzt auch relativ schnell vorankommen weil wer mit zieht der hat die anderen hänger punktemäßig noch übel hinterher ok stimmt schon machen nur mal die drei durchbewohner danach müssen wir dann nehmen schierung ich mache mal transportschiff da drüber kommt schon durch die holz gibt es auch gar nicht was uns hier an holz fehlt schickt er immer noch das wäre hinüber so wir haben keine keine un äh 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 die anderen typen die sind ja noch gut wir spielen zu zweit noch ok werden sollen irgendwie die anderen die sind ja übel slow noch ich habe leider nicht was ich eingestellt habe weil ich dachte das zum letzten mal noch irgendwie ja ok hier der maja der ist ganz ok ja also der grüne hier ist ein gelber mit seinem hoddy hü töten 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 ein gelbes hüster ja das uns davon rennt das wird auch stehen bleiben ich habe gerade das feld gehört wie es wie es kaputt geht und das feld ist so dumm ah alter wie hängt der hinterher ach man ach man ach ja ich habe die schnauze voll lederpanzer für bogenschützen so so haben wir irgendwo paar bauarbeiter ne ich stehe gerade hier rum du bist bekannt hier für deine häuserwelle oder ja mache ich schon seit eh und je halten zwar nicht so viel aus wie ein normaler wall aber ja ja geht so ein zweck das verschafft mir scheuer mache ich nicht gerne die kosten haufen gold ich würde einfach mal machen ok wir haben genug gold ne ja so wie haben wir auch nicht du mal hier steinabbau mal weiterentwickeln hab ich doch hab ich das nicht gemacht ach so die nächste stuja alles klar äh die zwei bauarbeiter gehören mir ist das klar welche zwei die dort rum dämlich rum stehen ok ach die zwei die gehören mir ja also in ruhe das bin ich gar nicht bist du ich weiß so wir können ja hier vorne mal ein armeelager mal ach ich habe von den bug gebaut ich baue auch noch in vier weiter vorne noch viel weiter vorne ja siehst du dort einen blauen punkten ne ja kann hier schaden wir haben doch eh genug steine so universität das schicke schon gleich mal hier ähm die soldaten mal vor und und barbockes barbocken schiebt sen ja meine buchse erfährt ja du hast ja auch hier eher angefangen ah das geht nicht wieso kann ich das nicht ach so nahrung ja äh universität eine universität universität nicht genug nahrung hier bauen aber durchbewohner so die zwei baubeider sind doch schön am bauen und die ritter sind schön am verteidigen ich will jetzt mal rüber auf die insel dort werde ich erstmal ein dorfzentrum bauen ja klar mach ich baue klein mal kloster dann da können wir hier schon viele menschen machst du einfach ja menschen sind wichtig ok da hat er recht aber auch nicht ja hier über sonn mit unseren kommen die überhaupt krieger boah scheiße wir sollten ja fuck ey die machen wir doch sowas von platt ich brauche hier vorne klein mann der ähm äh äh weißt schon was genau sowas ne waffenschmiede genau nicht genug nahrung auch scheiße äh ich will doch wir haben geholz mehr will der dorfzentrum bauen hab ich doch schon hier drüben aber achso damit ich hier meine dorfleute ausbauen kann ausbauen ja ausbauen ausbauen klar ein feld das ist meine ach äh 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 weißt du was wir noch nie haben ne dazu brauchen wir holz viel holz um genau zu sein 175 holz ok wir sparen mal auf 175 holz was wir jetzt haben ah ok der gelbe typ hier der kreist hier immer noch rum so gelber typ stahl wir haben nämlich noch keinen stall hauern wir sind los aber jetzt in die zeit kostet übelst viel wir haben doch genug bringt und die ohne ja wir haben gucki holz das haben wir schon mal nicht ne wir haben doch genug gold die hatten doch alle wie blöder wir haben doch genug gold und genug nahrung scheinbar da können wir doch auch ritter ausbauen ja können wir auch verbauen ich greife dann mal demnächst hier mal den roten an da brauchen wir fleisch ne ich weiß nicht ob man das so kriegt ach ist das aufregend eh irgendwie ist das so irgendwie ist das so aufregend gerade ich weiß auch nicht warum wir kommen durch zentrum baut gold mir fällt noch holz was denn los kurz davor wenn man das gold wenn man das zeug hier zusammen hat kommt dann hier und baut was anderes ich will dort unten schon seit lange ein dorfzentrum hinbauen damit die marble gold hier äh holz gold fangen wir mal mit dem gold an ja das ist ein bisschen goldgeil kann das sein ja wie sie greift so jetzt haben wir keine nötige holz schön ja schwe durch zentrum wird gebaut endlich ich würde klar mal einfach nicht wenn die heute ist hier fertig werden ja warte ich will auch gucken warte mal ich baue noch vor heute hüß könnte etwas länger dauern bis sie mal fertig werden wir sind jetzt wird auch 13 noch drin langbogen schützer hier brauchen wir noch mal hier liegt wir haben uns aufgenommen ja hier oben sind auch ein und ethische durchbewohner wieso ihr schickt die maßen holz hatten zum holzkacken wurden hier vom rathaus vom rathaus vom rathaus aus laberstudium durch zentrum ach so ja die habe ich gebaut die sollen holz hacken ja na hab ich ja jetzt auch geschickt soll die kacken hier holz so jetzt haben wir alle vier reliquien ich denke mal mehr gibt es nicht ich weiß nicht wobei die gegner auch noch welche ist die typen sich zwischen wie sind die elicit keine ahnung das ist ein typ mit einer bombe auf dem arm die ach so die typen ja ja die gehen die typen mit einer bombe mit einer bombe warte mal müssen unsere unsere hier priester schicken wir nochmal klima lösung ne das wurde ich von ne 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 setz mal hin wo bei dem grünen hier ist dynamisch ach hier ne 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 jetzt kaputt kannst du mal zu gucken meiner armee haben ich habe die ganze zeit und die scheiß felder gekümmert junge jetzt auch schon zu gucken danke meine bogenschützen hast du mir garantiert auch geklaut die ich gemacht habe entschuldigung wenn du die zu mir schickst ich hab noch einen ich komm herunter ach jetzt kommen die ganzen hier die ganzen idioten auch um 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 jetzt müssen wir eigentlich nur noch schnell zum grünen durchschlatschen und dann irgendwie easy going easy jungen easy am pan fahrung sind wir müssen noch in der nächsten zeit das müsste ja eigentlich nicht so schwer mehr sein weil der hat ja keine krieger ins drei krieger hat der typ wie lange dauert das einfach hier bis man das tut hat macht die burg doch nicht kaputt ich will gleich aufs zentrum wie die latschen wie dumm latschen die hier nein 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 was ist denn meine priester sind kaputt die menschen kompakt sind blödes teil jetzt sind noch da wir sind der nächsten zeit wir haben auf ultralecht gewonnen wir haben jetzt 28 minuten gebraucht für den scheiß eigentlich hat man schon viel na gut das war es mit der heutigen folge sagt wir schauen uns hier noch die statistiken an jo also militär wir liegen hier weiter von der gesamtpunkte kürzmann 6780 gesamtpunkte ja gesündete einheiten gefallene einheiten toll der verrückt am stern doch traurig wir haben einfach überlegen dass wir zu zweck gespielt haben muss man das ist schon da spielen wir das nächste mal auf ultra hyper schwer ja klar ja klar ich verabschiede mich jetzt hier mit der folge von edge of empire und nicht minecraft schauen wir mal beim boostergaming vorbei der hat uns tolle let's plays reingehauen 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 k Untertitelung des ZDF, 2020